Gold Switch Germany Content, Heptarare, was auch immer das heißt, Nummer 7, rein. Hey, das nachfolgende Video ist frei von DMCA und TOS-Content. Für alle Reactions, bitte platziert eure Facecam hier. Wenn ihr Clips von euren Lieblings-Streamern einschicken wollt, der Link zum Discord ist in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Lass nochmal. Montaner! Bitte, Alena, ich hab 28 Leben. Das ist nicht, nein, ich find's auch nicht mehr witzig. Junge, Montaner. Ja, ein Faboclip! Digga, ich schwöre, dieses Bad Wars war so underrated. Das war so lustig. Hugo, du bist der Beste. Ich bin nicht Hugo, du dummes Stück Scheiße, Elias, Alter. Alter! Wieso bin ich denn so kacke? Ja! Schön, Treimex. Triss Scheiße! Schön. Oh mein Gott. What the hell? Oh nein, oh nein. What the hell? Es ist das Video, oder? Aber ich glaube, Stegi findet auch, also NoFront an Stegi, ich mag den echt gern, aber ich glaube, Stegi findet jedes weibliche Wesen mit zwei Beinen und zwei Armen, glaube ich, auch einfach sehr gut, oder? I hate Papa Platte. Oh, this fucker. Oh, the whole time he is, I have a girlfriend and she is so nice. I have a big kitchen. Average Latin-Sepstream. Oh Gott. Boah, ich habe voll Bock mal wieder auf Fortnite, ich habe so lange kein Fortnite gespielt. Heute ist es soweit. Schöner mal, weiter so. Du. Ich sehe hier nochmal herkommen. Oh, ich klatsche den gerade oben. Oh! Was war das denn? Er kommt hier mit. Hör'n? 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 Verdammte Scheiße, ich muss mal kurz Facecam groß machen. Oh! Ja, mein Essen ist da. Alter, das ist Digger. Und einfach dann Brief an. Boah, das ist krass. Das ist gerade nur Throwback in die Schulzeit mit diesem karierten Block und so. Papa, Platte, Duhl. Und Füller und so. Alter, wie lange habe ich sowas nicht mehr gesehen? Ich gestrichen meinen Namen drüber. Hi, Basti. Ich muss einen Brief schreiben. Brief an Basti. Vorbilder und ich. Ey, ich sage dir ehrlich, da kam die Erkenntnis. Schön. Oha. Ted, Leonie, GHG. Warum ist der Clip da drin? Boah. Holy fucking macaroni. Aber Feisters Commentary macht es halt einfach viel besser. Ted, Leonie. Eigentlich ist das, was Feister sagt, viel krasser. Nie, GHG. Boah. Guck mal, der Ratten-Skin. Holy fucking macaroni. Er kann es nicht glauben. Naja, true. Er kann, er, 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 er kann, er kann es nicht glauben. Oh my god. Oh my god. Let's go. Das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber das war anscheinend voll krass. So Mango, das mache ich mit dir, wenn du Maser etwas antust. What the hell? What the hell? What the hell? Is das Knossi? Da steht... Ich frage, ob das Knossi ist. Hier oben steht richtig fett Knossi. Was machst du, wenn du zu Hugo gehst und sein Zimmer nicht aufgeräumt ist? Jetzt hättest du mich gestern fragen sollten, da hatte ich noch ein Gürtel an. What the hell? Oh my god. Oh nein. Junge. Eine Pizza, Margareta, Doppelkäse, meistgeschnitten mit einer kleinen Knoblauchsoße. Das war gar nicht so verkehrt. Geht auch noch schneller. Eine Pizza, Margareta, Doppelkäse, meistgeschnitten mit einer kleinen Knoblauchsoße. Oh, das war nicht schlecht. Stell dir vor, du arbeitest in irgendeinem Restaurant, wuchst in Hude und denkst dir nix. Auf einmal ruft er an und double-typed dir da so ein Pizzarezept vor. Faster. Eine Pizza, Margareta, Doppelkäse. Bei mir sind nur Leute ab 20, ich geb dir Zaps in der Familie. Alter. Danke für den Nachschild. Wommas ist. Danke für den Zaps. Ist das krass. Alter. Ist das krass. Yo, Mr., are you actually doing it or not? Der Mann versteht auch kein Wort mit Exxc. Die labert, ne? Pa-pa-lette. You don't... Jetzt verstehe ich nicht. Whatever you want me to do, I'm in. Brother, are you actually doing it or not? Ach so, da hat er unterschrieben. Das ist ein Vertrag. Da hat er mit Romatra unterschrieben. Yeah, I'm in. Okay, set it back. Let's go, let's start. Vierer! Boah, das ist krass. Einfach vier. Philippe? Alle halten die Fresse! Yo, ganz, Zitrin! Puss, Homies! Danke für die Subs! Was war hier los? Philippe! Ey, vielmehr da, Komi! Alle halten die Fresse! Nein, 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 nein! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Warum rennen die so rum? Sind die dumm? Philippe, bleib ruhig, bleib ruhig! Geil! Siehst du dich in einem Duo mit Honeypuh? Nee. Ich spiel nicht mit Schummelpuh. Schummelpuh? Das hab ich nicht mitbekommen. Irgendwas hat Isa bei der Winchallenge gemacht, was Micky nicht so geil fand. Schopf ab. Und dann wird die Schande gestanden und dann eventuell. Die komplette erste Reihe hatten, also hatten wir nach 19 Minuten, hatten wir nach 18 Minuten, also bis Eiswacken-Challenge. Warum ist der Clip da drin? Und wir? 45. Der normalste V-Clip. Was ein Bastard, Alter. Freunde unterstützen, kennt der halt nicht. Das ist so ein Ding. Einfach mal so einen Kumpel unterstützen, kennt der. Kevin macht Sachen nur noch für Geld. Nur noch für Geld oder für Reichweite. Darf er so Lattenpimmel? Das ist krass, Alter. Naja. Feister, du bist ein kleiner, dreckiger Guru. Nein, richtig so. Heb sie, heb sie, heb sie hoch. Hä, warum? Was ist das für ein Clip? Warum hat Basti das VOD von Noreax offen? Ist das doch nicht real, oder? Nein, richtig so. Heb sie, heb sie, heb sie hoch. Da ist doch reingekantelt. Ja, hier, die ist für euch alle, all right? Auf parasocial Basis. Hey, hey, liebe Freunde. Hey. Hey. Gute Zeit damals gewesen bei Facebook, sag ich ehrlich. Das war eine gute Zeit bei Facebook. Facebook war damals krank. Aber wer heutzutage noch Facebook used, ist auch verloren. Ich hab Untertitel an. Nee, ist jetzt aus, glaube ich. Moin. Ach, Digger. So ein Wichser, Mann. Bumper hier nicht im Feld. Was soll das denn? Oh, ich falle. Ich falle. Oh, nein. Ich falle alles. Ich falle alles. Nein. Ich hab mal drei Tage wachsen lassen. Ich glaub, Zitadell ist keiner, ne? Ich glaub, das ist sogar der Call. Lass mal Zitadell hoch. Ich hab nicht so viele Haare, Chad, deswegen dürft ihr das nicht lachen, okay? Äh, ja, drei. Okay, ich hab Backparty. Nice. Das sieht so krank aus. Das ist krass. Äh, schsch. Ich einfach in fünf Jahren. Kann Juji? Ist grad Juji da? Oh, Pizza. Fuck. Mann, Digger. Hugo kann... Guck mal, wenn Hugos Haus brennen würde, irgendein Notfall wäre, der bräuchte fünf Minuten, um an seinem Müll vorbeizukommen. Ich hol mir ein neues Sofa. Ich will auf meinem Sofa viel drehen. Ich war bei den Lampen. Ja, ist ja auch nicht, äh, also Videos halt, ne? Für YouTube. So, Q&A. Ich war bei den Lampen. Danach kommen nur noch chillig die Schirme und dann bin ich in Dunk Dungeons. Es tut mir leid, das ist fucking verbuggt. Was passiert? Digga, das ist doch so krank. Bro! Das Beste, was ich je gesehen habe. What the heck? What the fuck? Das ist so krass. Das ist doch so ein verfickter Wirt. Bruder, wo weiß ich... Das fass so ab, diese stinkenden Midlaner. Immer haben die Wurzeln, meine Mutters Arschloch, in meinem Arschloch, überall. Die haben schon den Mond besiedelt, sogar da haben die einen Verdacht. Not Crap-Mod. Ah, warte, jetzt kommt was. Oh, Tja. Oh mein Gott. Er hat sich einfach eingeschissen. Er hat sich einfach eingeschissen. Bah, war der ekelhaft. Okay. Was ist eigentlich gerade bei Toni los? Ich sehe nur, sie macht irgend so einen 7-Tage-Stream. Aber wie entstehen solche Clips? Hä? Sie streamt aus dem Restaurant, wie krass. Sprung nach hinten und guckst direkt wieder hoch Richtung Windmühle. Das wird so nicht hinlaufen. Damit du halt den Jumppad in der Mitte. So hab ich das wirklich, ich hab's nur so gemacht. Nur. Ach du Scheiße. Alkohol, ich liebe dich. Ey, gutes Video. Ey, gutes Video. Ey, gutes Video. Ey, gutes Video. Macher, geiles Video.